Hallo und willkommen zu einem Video. Heute gibt es das Q&A-Video, worauf ihr schon lange gewartet habt. Ihr habt ja ordentlich Fragen bei Instagram und YouTube reingeschrieben. Ihr seht es hier. Ah ne. Hier, die ganzen Fragen. Es sind über 40 Fragen oder so. Ich werde heute alle beantworten. Ich habe jetzt aber nicht jede mit reingenommen, weil das einfach zu viel gewesen wäre und ich kann nicht alle beantworten. Aber ja, manche sind auch doppelt gewesen, von daher ist es kein Problem. Okay, ich würde sagen, fangen wir einfach direkt mal mit der ersten Frage an. Nikolas Richter fragt, wie viele Geschwister habe ich? Ja, das ist auch die einzige. Eine Schwester habe ich nur. Okay, die nächste Frage. The Marvelist fragt, was ist dein Lieblingsdeck außer Sonium? Ich würde sagen, Virtuoso ist eigentlich schon ganz cool, vor allem weil die auch so dünn sind. Vor allem für Cardistry nur zwei zu empfehlen. Ich kann keinen Flicker Bullet, aber... Ja, trotzdem richtig coole Karten. Kann man nur weiterempfehlen. Okay, ähm, nächste Frage. Fabian FCL fragt, wie alt? Ich bin 14 alt. Nikolas Richter fragt, wie viele Haustiere habe ich und wie heißen sie? Ich habe vier Haustiere. Zwei Meerschweinchen und zwei Kaninchen. Ihr seht hier zwei Meerschweinchen. Das weiße heißt Popcorn, das schwarze heißt Blackie. Und jetzt hier die Kaninchen, äh, das schwarz-weiße heißt Fleckie. Und das andere Klopfer. Okay, ähm, nächste Frage. Wieder von Nikolas Richter. Was ist dein Lieblingslegendary in Clash Royale? Ähm, ich würde sagen, das Kampfholz. Weil ich feiere den Emote zu auch. Deswegen einfach... Und weil das auch relativ stark ist, Kampfholz. Magic Phönix fragt, magst du Harry Potter? Es gibt Besseres, aber es gibt auch Schlechteres. Also ich würde sagen, so mittelmäßig, ja. Magic Tommy fragt, wer ist dein Vorbild in der Zauberei? So richtig keins. Ich würde sagen, Mr. Trick XL, wegen den Tutorials und so. Aber jetzt so vor diesen ganz krassen Pros eigentlich gar keinen. Hans Fritz fragt, was ist dein Lieblingsfilm? Ich habe eigentlich so richtig gar keinen. Ich würde sagen, wenn Star Wars, das ist eigentlich schon ganz cool. Ja, Star Wars. Passi fragt, was hörst du für Musik? Ähm, gar keine. So wie Trimax. Also ich höre eigentlich so gut wie gar keine Musik. Ähm, ja. Ja, nächste Frage. Nikolas Richter fragt, was ist dein Ziel mit diesem Kanal? Alles drei eigentlich. Vor allem, weil ich Spaß damit habe. Und mit den Tutorials und so möchte ich natürlich auch, dass ihr was lernt mit den Card Street Tutorials. Ja, und später vielleicht mal ein paar Cent verdienen, wenn ich die 1000 Abos habe. Also laut Statistik soll ich Ende des Jahres fast 1900 Abos haben. Wenn das wirklich so ist, weil ich aber nicht glaube, dann verlose ich mal was richtig Fettes. Pah! Nice. German Card Street fragt, kannst du ja nö einblenden? Nö. German Card Street fragt, kannst du mich grüße an? Ich grüße German Card Street an der Stelle. German Card Street fragt nochmal, hast du schon mal richtig gerade einen Trick verkackt? Früher vielleicht mal, aber in letzter Zeit eigentlich nicht mehr. Wenn ich einen nicht hinbekomme, dann versuche ich mich immer rauszuretten oder so. Plinogro fragt, kannst du den Judo-Flip oder Anti-Scoot tun? Den Judo-Flip kann ich, blende ich hier mal einen. German Card Street sagt, ich kann hell sehen, auch im Dunkeln. Okay, das ist natürlich schon eine krasse Fähigkeit, würde ich auch gerne können. Niko Twitter sind Fünf fragt, warum läuft es im Moment so krass? Fragt die Community. Ist auf jeden Fall echt krass in letzter Zeit. Auf jeden Fall nochmal Danke an jeden Abonnenten. Auf jeden Fall läuft in letzter Zeit sehr gut. Gamerpanda fragt, wirst du dich irgendwann mal zeigen? Mach ich doch gerade. War das witzig? Ich kürze das mal kurz ab, das war nicht witzig. Plinogro fragt, wie gut kannst du Card Street Moves mit nicht ähnlichen Karten gegenständen? Blende ich hier einmal ein. Gamerpanda fragt, kannst du Mitsu? Ja, kann ich tatsächlich. Zwar nicht schnell, aber trotzdem relativ flüssig. Zack, zack. Infokarte blende ich hier oben mal ein. Falls jemand den lernen möchte, Heido hat den mal erklärt. Okay, nächste Frage. Gamerpanda fragt, bist du Thanos? Tatsächlich ja, aber will ich dir jetzt eigentlich nicht so zeigen. Plinogro sagt, probier mal live zum ersten Mal den Slipshift Color Change. Wie machen die das denn? Irgendwie so? Und dann... Funktioniert der überhaupt so? Keine Ahnung. Was kannst du eigentlich? Ne, die machen das glaube ich nur mit einer Hand. Keine Ahnung, wie die das machen. Irgendwie so. Und dann verwandelt die Karte sich. Hat leider nicht geklappt. German Cardistry fragt, wie viel möchtest du mit YouTube erreichen? Erstmal natürlich die 1000 Abonnenten. Wenn ich die habe, ist eigentlich schon das Ziel erreicht. Danach versuche ich dann, noch bessere Videoqualität zu machen. Das heißt, ich hole mir ein besseres Schnittprogramm auf jeden Fall. Ich schneide ja im Moment sogar mit einer kostenlosen Handy-App. Ist natürlich sehr viel Aufwand. Deswegen glaube ich, ab 1000 Abonnenten werde ich mir mal eine Computer-Schneide-App runterladen. Oder holen, kaufen. Yolomagic fragt, holst du dir den MrTricksXL-Download? Ne, ich denke nicht, weil ich hatte in letzter Zeit genug Geld für Gimmicks ausgegeben. Und auch wenn da ein Tutorial und so dabei ist, glaube ich nicht, dass ich mir einen holen werde. Join1411 fragt, wie findest du die Fontaine-Cards? Ich finde die eigentlich ganz cool, weil die auch limitiert sind. Und vor allem das Schwarze finde ich eigentlich ganz cool. Habt aber leider keins. Aber ja, finde ich eigentlich ganz gut. RobinMagic fragt, welche Gimmick-Decks kannst du unter 20 Euro empfehlen? Ich kann auf jeden Fall das Invisible-Deck empfehlen für 10 Euro. Das Cartoon ist auf jeden Fall auch ganz cool für 10 Euro. Auch die Reaktionen auf diesen Decks sind, auch wenn die nur 10 Euro kosten sind, richtig krass. Der Decks hat mal dazu ein Video gemacht, letztens, verlinke ich hier oben auch nochmal, weil man gleich wieder einen einblenden kann. Der hat die besten Decks unter 10 Euro, glaube ich, sogar gemacht. Kannst du dir auf jeden Fall mal anschauen. DanielMagicXCardistry fragt, kannst du den Fi-Fan? Keine Ahnung, ne, ich denke nicht. Habe ich, glaube ich, mal versucht, aber kann ich nicht. OXCards fragt, was ist dein Lieblingstrick? Hä? MagicChris fragt, wie sieht der Riffle-Fan bei dir aus? Ich habe die, die Hunter immer im Weg. RobinMagic fragt, kannst du mich grünen? Nö. DanielMagicXCardistry sagt, mach einen Wurm mit 5 Karten hinterm Rücken. Okay, ich habe jetzt hier die Karten, ich hoffe, man sieht es ganz gut. Es sind 5 Karten. Ich glaube, ich habe es, oder? Ich lasse die Beine fallen, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ähm, ja, geschafft. DanielMagicXCardistry sagt, zeig mir den besten Zaubertrick, den du kannst. Kardistry sagt, mach mal Werbung. Gerne. Meine Güte, jetzt kommt Besuch. Schnell weg mit den paar Krümeln. Bis ich mit dem Staubsaugen anfange, bin ich mit dem Live-Height schon fertig. Für zwischendurch den Live-Height. Und die Krümel sind weg, ehe der Besuch reinkommt. Live-Height-Container, für zwischendurch. Jetzt neu mit dem praktischen Einhand-Container. Live-Height. Abokarz fragt, wie kamst du auf die Zauberei? Also, ich war mal im Bus mit meinem Freund auf dem Weg zur Schule. Da hat er mir mal ein paar Tricks gezeigt. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Da habe ich mal auf YouTube Karten Tricks mit Erklärung eingegeben. Und dann habe ich MrTrixXL gesehen. Und ja. Lamia, die YouTube fragt, wie viele Abos ist dein Ziel für Ende 2020? Ich habe gesagt, 800 Abos wären auf jeden Fall schon krass. Laut Statistik soll ich da schon Ende 2020 1900, wie gesagt, haben. Äh, ja. Die 1000 Abos wären auf jeden Fall richtig nice, wenn ich die haben würde. Aber ich habe gesagt, als Ziel auf jeden Fall 800 müsste drin sein. Logisch Leon fragt, Team Blizzard oder Team Firestorm? Ich würde sagen, Team beides. Beides ist richtig cool. Ja. Der Magier fragt, was war dein erstes Gimmick? Das war tatsächlich das Wow. Ja, man. Das 2.0. Wow-Gimmick 2.0. Das habe ich, glaube ich, Weihnachten 2018 bekommen. Das war das erste Gimmick überhaupt. Ja. Und die letzte Frage heute. Jonas FC fragt, bist du dumm? Nö. Ja, das war es tatsächlich schon. Das ging doch relativ schnell, habe ich nicht gedacht, obwohl es relativ viele Fragen waren. Äh, lasst euch überraschen, was nächste Woche Samstag dran kommt. Ähm, jeden Samstag 7 Uhr neues Video. Äh, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo und ein Like da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ähm, bis Samstag und tschüss. Das Internet ist für uns alle Neuland.